So, hier seht ihr die Poolanlage vom Aquaviva Jazz in Ägypten. Das hier ist jetzt der Animationspool. Das heißt, da sind auch Kinder mit dabei und alles. Hier gibt es dann auch nochmal einen extra Erwachsenenpool mit Ruhebereich. Und der Pool hier ist direkt im Zentrum von der Anlage. Und hier ist es dann abends auf der Terrasse und hier in der Bar auch richtig was los. Hier sitzt jeder und trinkt was Schönes. Ja, super angenehm. Das ist jetzt die Bar hier direkt vor der Lobby. Und da ist auch richtig schön viel Platz. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Reisebüro Fella, auf Gefällt mir drücken oder unter www.vip-reisen.de auf unserer Homepage schauen. Und dann seht ihr weitere Berichte von uns. Danke, ciao!